hast du es ich bin richtig hast du die platin und zu ja er ist der rich boy ich bin's rich boy oder rich frau man weiß es nicht er ist es einfach sind ja nur 100 stück ist das einfach ist so voll kostet er zu fahren ach so erst mal hallo zu noch gibt moment noch ein einzigen ich kann mich um den restos ich höre ich weiß aber gar nicht welches erst welches war also das orangene war glaube ich mit viel das orangene genau das orangene war mit viel das grüne palladium das graue titan glaube ich alte jetzt irgendwie aggressiver käfer mal gucken welche neuen mobs hier so begegnen werden das nächste hochhaus kommt jetzt ok was bist du aber das ist ein radium ok habe ich mich vielleicht täuscht das orangenes palladium ich weiß nicht was wir uns jetzt alles machen können glaubst du mir gar nicht ich bin stolz auf uns ja mann ich auch noch mehr palladium alter ok ist so riesenquelle dann machen wir uns daraus peken dann gehen wir direkt also wir sollten uns am besten gar nicht erst palladium rüstung machen dann einfach direkt zu mit riel weiter aber können ja direkt mit rielaufraum keine axt scheiße glaube ich gar keine angst ich habe ja schon verkauft das hast du verkauft das gott nur holz genau dass sie kann ich nicht aber noch als hammer kann doch das ist aufgebrochen ja er hat unsere verlobungs ring mitgenommen ich habe aber keine also durch dabei aber gar nicht bei ihr bei dir was hat das herum gerade auch so komische skelett ich brauche nur nach wenn sonst nix weiteres ist ich bin wirklich so gott hat das viel hp hast du nackst für mich in der tun nee ich glaube was bist du denn ich habe einen zauberhut ich bin wirklich so weit als mode reise nein ich würde es nicht ja ok das kann ich das einmal den boss machen ja 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 hab ich gespawnt gg na du willst du mal gefetzt werden jetzt bist du feiten 1 vor 1 digga da mann komm doch aber bitte ohne treten danke genau treten ist tabu okay unser mein erstes ist aber tatsächlich auch flügel zu getten das wäre geil ich gebe die ganze zeit in die lava rein nein 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 ich sterbe ich verschluckt die ganze zeit solche halsschwärze deswegen schmerzen schmerzen wahrscheinlich auch die ganze zeit komische geräusche ich weiß wie ich die folge stelle folge nenne was denn ich ersticke aber nicht richtig gefragt zeige ich ihnen einfach nur ich ersticke ich komme wieder hoch ach hallo auge noch lange nicht gesehen ja ich mach mir kurz machen ich bin voll geil aus ich glaube es reicht nur für eine muss dann was oder das schwert also es gibt ja zwei es gibt ein bohrer und eine pgx aber es ist halt beides das gleiche aber vorher machen wir die noch dieses übel schwere monster ist das neue dieses mit der übelst harten rüstung ach so oh ja ja warte was rüstung was für eine rüstung ja das monster ist doch gar nichts das sein dass ich ja 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 ich kenne das ich kriegst das einfach tot jetzt hätte die monster die damals damit trifft kannst du voll damit schnell angreifen ich habe eine seele des lichts ich habe eine schwarze linse hört sich sexy an ja ich habe so eine palladium spritzwerk die hat 130 prozent spitzhackenkraft kam mit riel und orai was ist das der name kam mit riel und orai krallkost abbauen frag mich nicht was orai krallkost ist ich kenne es nicht gut ich gehe mal gott hier ist auch so eine rüstung ja glaube ich auch also größer ist auch gerade immer eine begegnet es gibt jetzt auch noch solche riesen fledermäuse sind auch übelst heftig die frage ist welches bock ist eigentlich nicht heftig vielleicht ist das eine bessere frage keine ahnung ich habe jemanden im anderen stellen ich habe mit riel gefunden bist du stolz auf mich weil der faust rekt ist für titan obwohl titan könnte lange dauern aber das ding ist welcher was soll und etwa die nächsten bosse die wir zu machen müssen wir auch die mechanischen dann kommt ja ja was sollen wir als nächsten boss machen was sagst du sie haben drei bosse zur auswahl entweder wir machen die zwillinge den weltenzerstörer oder skeleton schreie stark ja also vom ranking habe ich sagen skelett und ist der heftigste die zwillinge kommen auf den zweiten platz und der schwächste ist der weltzerstörer ja warte wir könnten gucken ob wir geschaffen würden damit wir einfach mal spawnen müssen wissen wie schwer die sind und am einen schaffen wir die ich glaube mir die werden wir nicht schaffen ich habe eine krasse feste also da bin ich mir zu 100 prozent sicher dass wir die nicht schaffen weil die sind heftig ich kenne ihn auch von damals ich spuck irgendwie so feuer und so aber props gehen raus das ist der boss fight mit der geilsten musik ich liebe diese musik von diesen was ich habe einen zauberer gefunden und zauberer gefunden in der höhle gefesselt buchte furcht ein zauberer npc kaltzauberbuch was macht der verkauft geile sachen eisrute der verkauften zauberstab für 50 gold und sonst ja natürlich alter ist ein haus frei wir brauchen den du weißt nicht was er verkauft ist noch da ja noch ratet mal was der verkauft das ist auch so mann auf fällen oder du bist auch mal noch fällen oder 3 schwer sport nicht mann hallo schreibt ihr gerade die ganze nachrichten kommen nicht an ja ich kann verkauft große mann tränke ja ja die sind heftig noch im boden was meinst du ich weiß gar nicht was du meinst halte die laces schlimme sache ich finde keine trin mehr als barbapalladium oder was höchst du da hinten lass das so ist sie sonst noch mal aber ist das ganze ist so schlimm kann ich das aktivieren ich wusste ja nicht dass das direkt zündet du hast dich wahrscheinlich hören aber ok ich unterstütze dich ich weiß nicht was das gerade war was so ist das wort ich kann so was das ist im gränden krass ein pc das internet hat mich mit einladen ich würde viel mehr spaß machen ohne eine sorge besser irgendwann dachte ich diese zeit genossen wo es ganz kurz nicht geleckt hat genossen wie ich das anhört wo es ganz kurz nicht geleckt hat ich hatte es leicht sollte oder müssen bis jetzt heute oder ja ich hatte schon damit so oft probleme ja ich hatte ich habe das schlimmste was es gibt ich habe das schlimmste was es gibt übertreiben ja das heißt was ja ansage der epic games launcher besser ist dann fressig bringt der volk auf minecraft für so fünf milliarden oder so das schlimm ist ich würde sie sogar noch zutrauen schlimm ist ich will sogar in die feiern was willst du das epic games am eintritt weiterarbeitet oder battle royale draußen das würde rosa aber nicht so gefallen ist nicht mehr ich musste ich seit nächsten okay genieße sie so gut wie du kannst hier schenkt ihr feier aus waffen händler ja waffen händler ich obwohl leute die folge ist vorbei ein etwas kürzere folge heute weil mit dem next können wir eh nicht weiter aufnehmen wir sehen dass dann in der nächsten folge werde kommen wahrscheinlich erst in zwei tagen oder so bis dann